du du ach nö jetzt kommen auch noch gruel leck mich doch acht stück schon so das reicht gut so viel war das nicht machst acht stück schon schon wieder fast das problem mit der war mal bei mir wenn man sich rechtzeitig noch schaffe anzuhalten schon wieder ungebodelt nein geradeaus aber nur geradeaus buddeln bei mir aber ich schaffe das noch rechtzeitig anzuhalten naja ja jetzt legt mich am arsch singe gleicher sagt man sagen soll okay hier habe ich ein bisschen ab sie ein bisschen eisen wieder mitnehmen ich kann mir echt vorstellen dass gleich mal 15 noch hat die spitzsacke also ich habe sie abbau dass sie die gleich kaputt geht dabei kennt man ja junge das ist kein mitleid von wem denn dattel ich krieg mitleid von dir alter hund ohne witz warum macht ihr nichts diese dumme hunde das geile war hab ich hab sie abgebaut was ist da unter der lava fällt voll rein die packt erstmal ein pfeil rum das problem ist ich brauche so viel ab sie dafür dann das war knapp eben alter hunde macht doch was so was für eine haltbarkeit hat das ding ist noch zehn ach fünf stück habe ich dadurch gekriegt und fünf bis weg oder vier stück habe ich gekriegt einer ist ja verbrannt und dadurch bis fünf halbbarkeit nur weggegangen das zählt pro block die nur abbaust was die halbbarkeit ja so man das wird langweilig sein für die wenn ich jetzt obsidien abbau mir egal zuschauer kann auch mal leiden immer leiden am meisten du 18 minuten durchgehend ja was was 18 minuten schon ja 18 minuten schon ja heftig 20 12 vor mir gemacht hat man das ihm gerett ne was denn so ne war ich gegen das mikro gehauen das hat man nicht gehört schön das freut mich aber okay in diesem monsterlach passiert nichts mehr hätte hier wenigstens nicht noch effizienz drauf sein können dann auf der spitzhacke nicht nur haltbarkeit ist einmal rumheulen wieder klar hätte aber wenn hätte wenn der penner sagt hätte ich doch gerne mal gehabt oder das fleisch hat den start der wedstieg Entrevater den markiert machen wir das so Warte mal hier so Zack Hier war noch nicht ein ganzer Bogen, was soll der Schrott denn hier? Hm? Ich will da nur noch einen ganzen Bogen Ich mach das jetzt mal Level 1 oder Level 2 Und dann Level 30 Ja man kann auch Pech haben Dass man die gute Verzauung dadurch hat gemacht Ja ist mir scheißegal Ich mach jetzt erst 30, vielleicht krieg ich jetzt eine gute Weil ich jetzt grad voll die schlechte hatte Ja das kannst du auch haben Die war ja schon ein bisschen scheiße Die Verzauung auch ganz neu So Naja Now is no fun Now is no fun Ja Okay Halper K3 Ich krieg ein Rappel Hehehe 17 Obsidian hab ich Weißt du die schlechteste ist 4 3 Okay Oh ne 2er Verzauberung Stärke 1 Wow Ich krieg Ich krieg Ich krieg Ich kann auch so Was ist das Was 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 Boah Tod Selbstlos Ne das Problem war hier ging ja das Wasser nicht mehr weiter Das waren schon 8 Blöcke weit Boah Ich bin in die Lava reingefallen aber ich hab geschafft nur raus zu springen Schade Oh scheiße Schade Richtig Schade Das muss man am Anfang der Aufnahme haben echt Richtig Richtig Schade Na ja Jetzt hab ich 19 Obsidian Reicht erstmal Jetzt krabbe ich erstmal nach dir weg dich schon wieder nein schade zum glück wieder nicht ich krieg hier so langsamen rappel dadurch so jetzt ich mal aufs tepfe müsste kleine kinder bis ein kleines kind ja kann die monstern kann die monstern und ich krieg da gleich ein paar monster mehr wie ist das würde in der aufnahme wieder auf toilette klar was soll ich sonst machen dann macht das viel spaß aber ich gehe erst noch zu sparen dann lohnt sich das wenigstens das wumstehen ja du stehst doch immer rum ist ja nichts neues bei dir so verangenehm was haltet ihr von sowas eigentlich leute wenn einfach jemand mitten in der aufnahme abhaut meine güte er ist ja froh dass ich jetzt nicht einfach essen gehe ich schreib es doch mal in die kommentare ich werde nur wissen was die zuschauer zu sowas sagen das finden die gut ja klar hat überhaupt irgendjemand irgendein zuschauer bei dir schon was untergeschrieben wenn du was gefragt hast außer dass ich jetzt pinkeln gehe so tschüss bis gleich so eine flachweife ehrlich er ist so ein knallkopf naja was soll man da machen kann man nichts machen so jetzt finde ich wahrscheinlich gar nichts kennt man ja schon ist ja nichts neues das dunkel jetzt wird ja nichts machen jetzt aber ja schnauze zami auch ja ich brauche unbedingt diamanten ganz viele zack zack da ist schon mal redstone wieder ein bisschen glücksspitze aber ja noch besser jetzt und nein nur haltbarkeit auf toll so ein streck hey lapis dafür hätte man die jetzt auch gebrauchen können das schon wieder aber echt boah ich ziehe die laber voll förmlich an so weg damit zack tippt 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 so ach guck mal das ist ein zombie komm her komm komm zombie kann ich dir den block unter die führst weghauen toll ach so wenn ich noch einen näher kommen tschüss ach bin ich gemein nicht so was war klar dass da was ist ja nö ist klar mitten in der lava du mich auch hier ist bestimmt ringsherum auch schon wieder lava das muss ich jetzt aber gucken nee aber erst mal so runtergraben da sag ich doch scheiße meine ep meine ep ihr Messviecher scheiß lava 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 wir sind ja ok weiter geht's dunkel nicht mehr aha guck mal nein kohle 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 schön kohle und welchen müll hast du diesmal gelabert gar nix ausnahmsweise nicht ja ja hör mir das sowieso wieder an hm mach das hm das müsste jetzt folge 83 bei mir sein hm so ungefähr ne wann hat er angefangen 12 nach ja kommt hin so du 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 der flasht herehink doch und fesches grad am kauen ja merk ich schon Vlad nein doch klar was sie bei den skeletten runterfalle einmal wasser vergessen das war aber eben hinter mir habe das nur noch zwischen gehört woher kam der mit einmal ich leuchte das ja schon unterwegs aus naja kennt man ja wenn man sowas nicht erwartet wenn man sowas nicht erwartet dann passiert das natürlich auch gehabt ja ich höre das nur noch zwischen zweimal sogar schon ich war bestimmt voll übersteuert eben also nicht ja ja kurz mit dem krimi gerade nur aus essen extra laut wird für dich ich höre das nicht ist klar natürlich ist das ist darunter wasser mich auch so jones schlucht cool ein eisenschwert noch eine schlucht die stein treten stein hier die normalen steine gebrannten kann ich jetzt hier man sind hier bestimmt keine irgendwo kennt man ja alles voller labe wieso nicht alle feile habe ich mit viel spaß viel spaß auch was sowieso gesagt boah das ist geil du machst das wasser weg trotzdem geht das irgendwie nicht ganz weg und dann oder geht das überhaupt nicht weg mi 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 weil du es doch nicht eingesammelt hast und dann wirst du weggetrieben und du bist dämlich auf 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 Vielen Dank.